Aaaaaaah! Hallo, mein Name ist Björn Mischinski. Ich bin Veganer, Koch aus Berlin und gehe zu Hause. In den letzten Wochen habe ich mit meinem Team an meinem Kochbuch gearbeitet und ich bin verdammt stolz. Heute ist der letzte Tag. Ich war gerade ein bisschen frisches Gemüse kaufen und jetzt geht es wieder ab in die Küche. Aaaaaaah! Ich glaube, das war's. Björn Mischinski, vegan kochen für alle.